Im Augustiner Weihnachtsgarten beim Stiftskeller präsentiert Norbert Rier von den Kasselroter Spatzen seine musikalischen Höhepunkte in Seefeld. Der erste Teil ist mehr normale Spatzenlieder, ob man auch Lieder ausgesucht, die ein bisschen vom Thema her in die Jahreszeit wie Ihnen passen. Und der zweite Teil ist hauptsächlich speziell weihnachtlich, mit traditionellen Liedern. Neben dem musikalischen Live-Genuss gibt es auch die neue Weihnachts-CD, Weihnachten bei uns daheim, der Kasselroter Spatzen. Weihnachten, ja, es werden die Leute auch schon zu Weihnachten mit wahnsinnig vielen Sachen, oft überrumpelt oder überfordert mit Neuigkeiten, was es gibt zu Weihnachten. Und vielleicht ist es besser, wenn es nicht so viel gemacht wird. Deswegen haben wir auch da ziemlich eine Zeit lang gewartet jetzt und versucht gut vorzubereiten und auch mit den Lieder rauszusuchen, dass man das nicht so schnell macht. Und schauen wir mal, wir haben wieder ins Bestes versucht. Drehten am 14. Dezember auch Andreas Gavalier, Siegel und Marina und der Tiroler Landfunk in Seefeld auf. Tirol TV verlost gemeinsam mit Starmaker 3x2-3-Tagespässe für die klingende Bergweihnacht in Seefeld. Einfach eine Mail schreiben an konzert.tirol.tv.at. Infos finden Sie auch unter www.klingendebergweihnacht.at.